Lef, Matpirscher, für eine paar Wochen, als ich zu Lützeburg, zu Paris, wie an anderen Hauptstadt von Europa, Martinität und den hundertsten Jahresdach vom Ende vom Echsten Weltkrieg erinnert ging. Den 11. November 1980, also ganz markanten Tag, Jo, hängt Cäsur an der Geschichte von unserem Kontinent. Nur mehr wie feier Jo schrecklichem Krieg, die bald zwanzig Millionen Menschen die Leverkast wird, kommt endlich der Moment vom Waffenstillstand. Mit Welt war schangiert. Den europäische Leadership war für immer erfroggestellt. An der Kampf für die Frieden zu erhalten, ist leider sehr verloren gegangen. Jo, zwanzig Jahre noch wird ein anderer Krieg angefangen. Und da ist dann vom Echsten Weltkrieg bis heute für große Bedeutung, weil es den Anfang von einer neuen Ära eingeladen wird. Schwestern von der Zusammenarbeit töcht die Staaten an den Nationen. Ein neuen System wird müssen angefordert gehen mit Regeln, die alle Nationen, ob groß oder klein, am selbensten Maus respektieren müssen. Und auch mit internationalen Organisationen, wo die Staaten zusammen schaffen. Die Societe des Nations, der Fiereidorf und der UNO, kauft nun gegründet. Krisenzeit an den Nationalismus an den drössischen Joren wurden dem System aber nicht erlaubt, sich zu entwickeln. Er ist nun zum Zweiten Weltkrieg, wo hat die internationale Kooperation konstant auf Bedeutung gewonnen. An der Welt von Haut, als der Multilateralismus, der Tests zusammenschaffen an Gleichberechtigung, töchte Staaten, mehr wichtig wäre je. Er muss überall durchgreifen, wo das bilateral, wo seine Grenzen stehst. Für den internationalen Handel gerecht zu organisieren, für den Klimawandel an den Griff zu kriegen, für die Herausforderungen von der Migration global zu lesen, auch für Konflikte zu evitieren. Als Lötzeburger Diplomatie setzte ich zum Jozenten an für den Respekt vom internationalen Recht und Verdebung von der multilateralen Kooperation. Sie kriegt auch ganz viel Luft dafür. Es kommt danach, ob der Kopf für ihren Zwanzig zu Katowice persönlich erleben. Los mal und denen Instrumente an Institutionen festhalten, die als zur Verfügung stehen. Wir haben hier Prüfe gemacht und die Resultate geliefert. Auch wenn ich hier arbeite weiß, solche Entwicklungen muss auch passen. An einer Zeit, die Dachs von nationalem Egoismus geprägt wird, müssen all die internationalen Akteuren zur schiere Responsabilität bewusst sein. Nun nehmen wir eine Welt mit Herausforderungen, die als alle guten Appels umgehen. Leif Matpirscher, das Resultat von der Wahlen von diesem hier erlaubt, der bestehende Koalition eine weitere Legislaturperiode für uns zu schaffen. Und ich will diese Regierung eine glückliche Hand an der Ausübung von ihrer wichtigen und noblen Aufgabe wünschen. Gerade wie an dieser Notbeschläge, können dort auch an dieser politischen Landschaft zu Changementen. Mit Parteien fanden auch lang bei der Wähler, die sich manchmal gebunden fühlen wie freier. Spezifisch Olleis oder Themen kriegen mehr eine große Resonanz. Wir stellen aber mit Zufriedenheit fest, dass die Partei übergreifende Konsens über das nicht wesentlich neudafrogestalt wird. Ausgrenzung oder simplistisch Slogan, wo kam wo klangfond. Wir sollen hoferig sein auf Diversität und den Zusammenhalt an dieser Gesellschaft. A cet endroit, je voudrais remercier les non-luxembourgeois, qui résident ou qui travaillent dans notre pays, pour leurs contributions précieuses à notre société. La cohésion économique, mais aussi la cohésion sociale de notre pays sont des atouts qui nous appartiennent de défendre à tout prix. Ils sont au cœur de notre projet et de notre réussite. C'est notre bien commun à tous. Haut, ob de se m'krecht ouvint, will ich mengen unerkanne, aber nöt nemmen, ob de politische Plan begrenzen. Un grand déver merci geht auch und de vielen membrenn aus dieser Gesellschaft, die soch sie wird hier heim, sie wird a Krisenzonen, an dem Denk stellen von den Menschen, die an der Not sind. Solidarität und soziales Engagement sind dax den einzigen Liebläck, der bleibt, wann Politik und ihr Grenze könnt. Et geht nicht nur, die Läden zu erkennen. Et soll ihnen de Courage schon, mit uns zu packen, für die Welt zu verbessern. Die Höllef kann auch viele Pläne geschehen. A Nord-Kanduchesse engagiert sich, mit viel Herz an Übersetzung für etwas zu bewegen. Notamment am Kampf gegen alle Formen vor sexueller Gewalt, besonders Agegenden, die an der Krieg der Konflikte leiden. Und die volle Gans handelt dieser Initiativ von der Grand-Duchesse. Viel Ahnen, darunter drei Friedensnobel-Lauriaten werden sich auch ausschließen, an der Beiglenheit von einem internationalen Forum am Frejord nächstes Jahr, heil zu Lützebüch. Leifleit Allegur. Viel von euch dürfen größt sein mit ihrer Familie an der Front feiern. Ich denke aber auch an die krank oder die, die lang sind. Für was ihnen nicht einfach, ob diesem Kröschtag ein Gutwort oder ein bisschen Zeit schenken. An dem gehe ich zusammen mit der Grand-Duchesse, dem Grand-Duch-Jean, dem Prinz Guillaume, der Prinzessin Stefanie an alle Eisekanne. Wir wünschen euch hier von ganzem Herzen. Schenkröchtees, an der Lohschung, allgutes für ihr Glecklöschneidjohr. 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 Schenkröchtees, an der Lohschung, allgutes für ihr Glecklöschneidjohr.